das was bei dem normalen dating bei dem normalen dating prozess bei ihnen ziemlich lange dauern wert dieses in welchem zustand und in welcher stimmung kommt die dame zum frühstück weil wenn sie eine tolle frau kennengelernt haben und sie verreisen irgendwo und die dame ist nur mit ihnen natürlich sie sie macht sich hübsch und versucht ihre stimmung zu kontrollieren wenn sie mit ihnen vorstücken geht weil das ist ja einzeln geht und da muss man sich anstrengen bei unseren gruppen sachen sowie das klingt irgendwie pervers da ich meine das nicht bei unseren massenveranstaltungen oder der gruppenveranstaltungen da gehen die menschen ziemlich schnell über die grenzen und dann sehen sie wie die frau ohne make up aussieht ob sie sich anständig zum frühstückern kleidet ob sie netz morgens erste wie kommuniziert sie mit anderen frauen wie kommuniziert sie mit mir wenn sie morgens ja ungeschminkt zum tisch kommt dann können sie auch mich eventuell ungeschminkt erleben und jeans tragend was was nicht immer mein zustand ist das heißt dieses frühstück geschichte frühstück check die das echte gesicht gesicht von der frau zu sehen bei dem traditionellen dating das wird lange dauern und ich kann in dieser zeit ersparen